So, hier an dieser Stelle also der US-Arbeitsmarkt. Man liest es in den Medien auch immer wieder, kommt die Rezession. Das sind Fragen, die stellt man sich natürlich häufig in so einem Zusammenhang. Dafür sind solche Daten auch da, dass man gewisse Szenarien auch erstellen kann. Bevor wir hier die Details miteinander besprechen, der obligatorische Risikohinweis an dieser Stelle, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Was schauen wir uns heute an? Wir hatten ja diese NFPs auch schon einmal miteinander besprochen. Ich werde das auch in Zukunft regelmäßig hier an dieser Stelle mit Ihnen machen. In der Agenda steht am Anfang, was kann man denn oder wie finden Sie diese Non-Farm-Payrolls? Was können Sie daraus ableiten? Und dann schauen wir auf aktuelle Fakten. Wir schauen auf die Stellenentwicklung. Wir schauen auf die Lohnentwicklung und ziehen ein Resümee über die aktuelle Situation an dieser Stelle. Also alle Sachen, die jetzt nicht nur für das kurzfristige Traden rund um so einen Veröffentlichungszeitpunkt wichtig sind. Da hätten wir das schon viel, viel eher machen sollen. Wir haben ja dazu auch ein Trading-Webinar gehabt mit dem Jens Glatt an dieser Stelle. Der macht das immer sehr, sehr gut hier bei Tickmill, um uns ein paar gute Informationen und auch Trading-Ideen zu geben. Also schauen Sie ruhig mal in den Webinar-Bereich rein bei Tickmill. Wir haben hier wirklich tolle Sachen, die wir Ihnen an dieser Stelle zur Verfügung stellen. Also das sind die Dinge, die wir jetzt miteinander hier besprechen. Und wir starten einfach mal mit ein paar Grundlagen. Das heißt, die Frage ist, wie kann man denn mit den Non-Farm-Payrolls arbeiten? Oder beziehungsweise wo finden Sie das Ganze? Schauen Sie, wir haben jetzt hier die Veröffentlichung. Diese Daten werden regelmäßig veröffentlicht. Das sehen wir auch in den Finanzkalendern immer wieder. Und wir haben hier eine Website, wo sozusagen diese Daten am US-Markt für Sie direkt zur Verfügung gestellt werden. Das ist sozusagen hier diese Adresse. Und die schauen wir uns jetzt an der Stelle einfach einmal an. Ich ziehe das mal runter in den Chart und stelle Ihnen mal den Link auch direkt hier in den Chat zur Verfügung. Für diejenigen von Ihnen, die einfach einmal direkt drauf schauen wollen. Da haben Sie ihn, ich habe ihn hier reingestellt, direkt im Chat für alle diejenigen, die das Ganze schauen. Hier ist der Link. Schauen Sie einfach mal auf diese Website. Da sehen wir wichtige Tabellen. Für uns ist die Tabelle B1 an der Stelle wichtig. Und heute, weil es um das Gehalt geht, auch die Tabelle B3. Da kommen wir nachher noch drauf. Das werden wir dann noch einmal genauer anschauen, was Sie dort sehen und lesen können. Was können wir daraus sehen bzw. was können wir herausziehen? Diese Daten geben uns unter Blickpunkt auf den wirtschaftlichen Bezug mögliche Zukunftsplanung. Das heißt, wir können hier sehen, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt, können wir einen Weg oder ein Modell für uns erarbeiten, wie sich die Zukunft weiterentwickeln wird. Das heißt, hier gibt es zwei verschiedene Szenarien, die an der Stelle wichtig sind. Beziehungsweise, ich sage immer, es gibt zwei Extrempunkte, die für uns Trader, sag ich mal, hochwichtig sind. Und zwar sind das die Range-Seiten. Die obere Seite und die untere Seite. Heißt also, obenrum. Wenn wir massive Vollbeschäftigung haben, dann könnten wir eventuell sehen, dass es erste Bremsspuren gibt zum Thema Sparzwang. Wenn die Unternehmen anfangen zu sparen, das können wir sehen an bestimmten Stellen, dass beispielsweise Leute entlassen werden, dass in bestimmten Branchen Geschäfte geschlossen werden usw. Das sind so Sachen, die können wir hier sehen, wenn wir ganz, ganz oben angekommen sind. Also das heißt, wenn die Wirtschaft sehr, sehr stark und lange gut nach oben gelaufen sind. In diesem Bereich laufen wir übrigens mittlerweile auch so langsam rein. Der zweite Punkt ist, wenn wir ganz, ganz unten sind. Das heißt, wenn wir eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit haben, dann haben wir hier in den NFPs natürlich die Information, wenn wir eine zunehmende Beschäftigung sehen. Das sind dann erste Anzeichen dafür, dass sozusagen die Arbeitslosigkeit sinkt, mehr Menschen bekommen wieder Geld. Häufig fängt das zuerst im Niedriglohnsektor an, beziehungsweise in den Zeitarbeitsfirmen, um danach Stück für Stück in die Wirtschaft reinzulaufen. Das sind mal so die zwei Eckkanten, wo wir das Ganze hier entsprechend auch sehen können. Und die Frage ist, was liest man denn jetzt daraus? Zum einen, wenn alles gut läuft, dann können wir daraus sehen, gibt es eine Stabilität. Wir können Stabilität erkennen, wir können sehen, was sich verbessert und wir können sehen, was sich an dieser Stelle verschlechtert. Das sind so die Grundpfeiler und da können wir dann unsere entsprechenden Modelle ableiten, was wir entsprechend erwarten. Dann aber nicht einfach lostraden, sondern an dieser Stelle natürlich erst einmal schauen, was denn die Märkte überhaupt machen. Weil die Märkte preisen sowas ja auch immer ein, die Erwartungen entsprechend. Und da sehen wir dann die Reaktionen der Märkte entsprechend auf dieser Sache. Und wenn wir hier mal die aktuellen Fakten uns anschauen, das heißt die Stellenentwicklung, dann sehen wir bestimmte Fakten. Und da gehe ich jetzt mal für Sie direkt in die Website mit rein. Das heißt, ich zeige Ihnen mal, wo Sie das Ganze entsprechend lesen können. Das heißt hier, das ist jetzt mal der Link, den ich Ihnen geschickt habe, direkt auf die Website. Und wenn Sie da etwas nach unten scrollen, dann sehen wir hier unten die entsprechenden Tabellen. Und bei den Tabellen ist für uns wichtig, wie ich gesagt hatte, alles das, was den Arbeitssektor angeht, das steht in der Tabelle B1. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Das wird Sie jetzt wahrscheinlich etwas überfrachten an dieser Stelle. Das heißt, wenn Sie mögen und diese Research-Arbeit machen möchten, es lohnt sich wirklich. Das kann ich Ihnen sagen, auch wenn es Arbeit macht, aber es lohnt sich, gewisse Grundlagen auch zu verstehen. Weil wenn man einen Markt versteht, wie er funktioniert, dann kann man einfach deutlich besser damit umgehen. Das ist einfach vom Prinzip her wirklich faktisch so. Das heißt, hier an dieser Stelle, hier sehen wir mal die aller, aller wichtigsten Fakten. Das heißt, hier sehen Sie einmal, dass wir hier im Privatsektor insgesamt 204.000 neue Stellen gesehen haben. Aus dem produzierenden Gewerbe kamen dann 26.000 neue Stellen. Das heißt, die 178.000 neue Stellen kamen aus dem Dienstleistungsgewerbe. Das ist erst einmal der Oberfakt. Das ist das, was wir entsprechend hier oben lesen können. Und das habe ich für Sie auch hier an dieser Stelle mal mit aufgeschrieben. Das heißt, wir haben jetzt hier 26.000 neue Stellen im verarbeitenden Gewerbe. Davon kamen 6.000 Stellen aus dem Bergbau. Das war auch ein Wahlthema vom Schwamm, die Bergbauarbeiter zu unterstützen. Das spielt ihm also entsprechend in die Hände. Und es gab 23.000 neue Stellen im Baugewerbe. Das ist erst einmal entsprechend hier die gute Nachricht. Die nicht ganz so gute Nachricht, wobei man das auch in Relation setzen muss, in der Industrie, wo vorher in den Vormonaten immer sehr, sehr starke Zuwächse kamen, sind plötzlich 3.000 Stellen abgebaut worden. Da muss man mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Also das ist jetzt eine Einmalgeschichte. Da würde ich nicht zu viel, zu viel, sag ich mal, Interpretationsstärke einräumen oder Interpretationsraum geben. Das muss man mal so ein bisschen beachten. Ein Ausreiser spielt kein Problem. Muss man mal schauen, wie sich das die nächsten Monate entsprechend auch, ja sozusagen, entwickelt. Aber es ist erst einmal ein Zeichen. Es gab einfach einen Stellenrückgang. Wie schon gesagt, nach dem Ganzen, nach der ganzen Zusammenrechnung, bleiben hier die restlichen Stellen entsprechend für das Dienstleistungsgewerbe an der Stelle offen. Was wir hier an der Stelle auch sehen, das Dienstleistungsgewerbe, da haben wir einen Abbau im Bereich Einzelhandel. Nennt sich Retail. Da gab es 5.900 Stellen weniger. Das ist schon mal in Summe etwas, was man sagt, okay, im Einzelhandel, Stellenabbau, gut, muss man sehen, auch wenn sich das mittelfristig entwickelt, das kommt aus einer anderen Ecke mit her, muss man auf alle Fälle beobachten. Was hier bei genauerer Hinsicht interessant war, ist, dass wir bei den Department Stores erneut einen Stellenabbau hatten. Und im Bereich diesmal von Bekleidungsgeschäften, schauen Sie sich das mal an, im Bereich der Bekleidungsgeschäfte an sich 20.800 Stellen gestrichen. Das ist schon, muss ich sagen, wirklich was Ordentliches. Und auf der anderen Seite sieht man, dass der Sektor für Gütertransporte erneut wächst. Und da stellt sich jetzt die Frage, geht hier vielleicht der Weg von den Geschäften in den Onlinehandel? Das hat dann Auswirkungen. Das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaft. Jetzt nicht zwangsweise, weil weniger gekauft wird. Es wird nur anders gekauft. Deswegen wird nicht weniger gekauft. Was aber interessant ist, dass dieser Stellenzuwachs hier oder dieser Stellenzuwachs im Transportationsektor zu Lasten des Retails geht. So lese ich das jetzt zumindest hier an dieser Stelle. Und das ist eine Sache. Hier unten, schauen Sie sich das Ganze mal an. Transportation and Warehousing hat 20.000 neue Stellen geschafft. Das ist das Thema Onlinehandel. Und wenn wir uns das mal ansehen, das sind einfach die niedriger bezahlten Jobs an dieser Stelle. Und das, das ist jetzt wichtig. Und wer sowas sehen möchte, der schaut einfach mal in die Tabelle B3 rein. Ich will Ihnen das jetzt nur mal ganz kurz zeigen. Kurz einen Augenblick. Geben Sie mir die Sekunde. Wir gehen jetzt mal zurück. Wenn Sie die Jobs sehen wollen, hier unten haben Sie die Durchschnittseinkommen über die Woche und über den Monat. Und da sehen Sie entsprechend, wie die Einkommen sich entsprechend hier entwickeln. Da können Sie reinschauen, da können Sie sehen, beispielsweise hier der gesamte Privatsektor verdiente im August im Schnitt 27 Dollar pro Stunde, beziehungsweise 937 pro Woche. Und hier können Sie dann sehen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Und hier sehen Sie halt, der Onlinehandel ist einfach niedriger bezahlt. Der Einzelhandel bezahlt im Schnitt 30,63 Dollar. Der Onlinehandel bezahlt 24,48 Dollar. Das sind 6 Dollar Unterschied. Das ist schon eine Hausnummer, was da an Prozenten, weniger an Kosten auf die Unternehmen zukommt. Und wenn das ein Trend ist, dann wechseln die Stellen einfach von dem höher bezahlten Sektor in den niedriger bezahlten Sektor. Und das kann dann Auswirkungen auf die Unternehmen, beziehungsweise auf die Wirtschaftsleistung an sich auch haben. Hier das Thema vielleicht Richtung Sparen. Das muss man einfach mal schauen. Wenn Sie sich das Ganze mal anschauen beim Thema Gehaltsentwicklung, was sehr, sehr interessant zu sehen ist, ist, dass wir überall, sagen wir mal, Gehaltserhöhungen hatten. Das heißt, dass der Arbeitsmarkt wirklich so weit ausgelastet ist, dass die Nachfrage auch hier die Preise in die Höhe schiebt. Das heißt, wir haben hier wirklich überall Preiserhöhungen. Wo es einen leichten Rückgang gab, war hier im Bereich Construction, also im Bau sozusagen. Und alles andere ist hier wirklich schön in diesem Bereich gestiegen. Also das ist mal eine Sache, die kann man gut sehen, weil die Leute haben am Ende mehr Geld in der Hand. Und dieses mehr Geld könnte unter Umständen dafür sorgen, dass hier mehr ausgegeben wird. Das heißt, dass die Konsumenten mehr Geld ausgeben. Und dass dieser Konsum, dieser erhöhte Konsum, der könnte die Preise steigern und dadurch etwas Preisdruck auf die Preisentwicklung leisten. Und damit die Inflation etwas mit nach oben schieben. Das an dieser Stelle mal hier in diesem Bereich zu den Lohnsteigerungen. Was kann man daraus jetzt mit rausziehen? Was wir hier an dieser Stelle definitiv sehen, ist die Situation, dass wir am Arbeitsmarkt mittlerweile an einer Stelle sind, wo die Arbeitskräfte definitiv knapp werden. Das heißt hier, der Markt ist mehr oder weniger leergefegt, wenn man das mal bildlich so nennen möchte. Und dieser, sag ich mal, dieser Nachfrageüberhang, weil das Angebot einfach begrenzt ist, der sorgt jetzt natürlich dafür, dass es Lohnsteigerungen gibt. Und diese Lohnsteigerungen bringen dann mehr Geld in die Taschen der Kunden, beziehungsweise nicht der Kunden, sondern der Bevölkerung. Und die Bevölkerung kann dann, wenn sie gut gelaunt ist, natürlich mehr Geld entsprechend ausgeben. Und das könnte dann im weiteren Verlauf Lohnsteigerungen, beziehungsweise die Preise für die Erzeuger und die Verbraucher nach oben bringen. Jetzt aus aktueller Sicht ist das noch nicht ganz so tragisch. Warum? Gerade mal mit Blick auf die Erzeugerpreise. Schauen Sie mal, das habe ich mal für Sie rausgenommen, die US-Erzeugerpreise. Wir hatten hier eine Prognose von 2,7. Aktuell sind es 2,3. Das heißt, wir liegen unter der Prognose. Das heißt, da ist der Druck auf den Kessel nicht ganz so hoch, dass das gleich wirklich so brutal ist, dass wir hier massive Preissteigerungen sehen müssen. Das heißt, das ist jetzt alles in einem Rahmen, wo man sagen kann, alles fein, alles schick. Das kann noch eine Weile so weitergehen. Was aber hier in diesem Zusammenhang wichtig ist, wenn die Erzeugerpreise und die Verbraucherpreise zu stark ansteigen, dann kommt entsprechend die FED in die Situation, dass sie die Zinsen anheben muss. Und das ist wiederum etwas ungünstig, weil die kurzfristigen Zinsen, wir hatten das vor kurzem schon mal tepanisiert, Thema inverse Zinskurve. Wenn die kurzfristigen Zinsen durch diese starken Zinserhöhungen der FED im kurzfristigen Bereich über die Performance, beziehungsweise über die Rendite der längerfristigen Anleihen laufen, das ist dann inverse. Und eine solche Zinskurve hat in der Vergangenheit zu einer Rezession geführt. Und das ist etwas, das steht hier tatsächlich im Raum. Deswegen liest man auch den einen oder anderen Artikel darüber, kommt es denn jetzt bald zur Rezession. Wie schon gesagt, aktuell sehe ich das Ganze persönlich noch nicht. Das ist meine eigene Meinung. Bitte hier nicht alles auf die Goldlage legen, sondern ich persönlich habe hier das Szenario, dass ich diesen Preisdruck noch nicht so sehe. Wir haben hier keine inverse Zinskurve. Und momentan kommt durch diese Preissteigerungen die US-FED nicht in die Situation, dass die massiv das Ganze erhöhen muss. Das kann sich ändern, wenn wir hier sozusagen die Erzeugerpreise oder auch die Verbraucherpreise sehr, sehr stark im Anstieg haben. Dann müssen die natürlich die Zinsen deutlich erhöhen. Und das könnte uns dann in Richtung einer inversen Zinskurve führen, die dann irgendwann im Fortgang, nicht heute und morgen, aber im Fortgang doch die Rezession herbeiführen kann. Man muss das sehen. Das kann ein, zwei Jahre dauern aus der Erfahrung heraus, bis dann tatsächlich eine Rezession entsteht. Aber das wird uns auch an dieser Stelle der Markt entsprechend zeigen und uns sagen, wo es lang geht. Und da merken wir auch schon an diesen Sachen, die wir uns hier immer wieder anschauen, beispielsweise der Arbeitsmarktbericht, dass es da Veränderungen gibt, dass es mehr Arbeitslosen gibt. Das sind dann so die ersten Bremsspuren, dass der Niedrigsohnlohnsektor immer mehr gesucht wird. Das heißt, mehr in die Zeitarbeitsfirmen ausgegliedert wird oder in den Onlinehandel geht. Und all diese Sachen, die sind dann wichtig zu sehen und da können wir dann entsprechend die richtigen Schlüsse draus ziehen. Das also an dieser Stelle von meiner Seite her für die aktuelle Besprechung der NFP-Daten von letzter Woche. Ich hoffe, die Informationen haben Ihnen gefallen. Sie konnten den ein oder anderen Mehrwert rausziehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen verabschieden. Auch die Einladung. Schauen Sie jeden Morgen bei uns rein, hier bei Tickmill um 8.30 Uhr in die entsprechende Besprechung der Handelsideen. Klicken Sie hier auf Facebook einfach Tickmill als Liken an. Folgen Sie uns an dieser Stelle und dann sehen Sie diese Videos live auch jeden Morgen. Da können Sie dabei sein, beziehungsweise das Ganze dann im Nachgang auch sehr, sehr gerne anschauen. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen für Ihre Zeit.